Liebes Publikum, um Ihnen die Wartezeit auf kommende Vorstellungen hier im Theater Ulm zu verkürzen, laden wir Sie zu einem mehrteiligen Quiz ein. Zitate aus der Operettenkiste. Funktioniert ganz einfach. Ich stelle Ihnen ein kurzes oder auch ein längeres Zitat aus einer Operette vor und Sie finden heraus, aus welcher Operette es stammt. Das Rätsel beginnt aber erst nach diesem Schritt. An jedes Zitat schließt sich nämlich eine spezifische Frage zum gesuchten Werk oder dem Komponisten an. Das Stück zu erraten ist also nur ein Zwischenschritt für die eigentliche Frage. Wenn Sie am Ende aber die richtige Antwort wissen, dann schreiben Sie uns das per Mail oder auf postalischem Weg und weil das Ganze ja ein Quiz ist. Ja, es gibt auch was zu gewinnen. Lassen Sie sich überraschen. Warum so viele Metamorphosen, so oft es zu verführen galt, weil dich kein Weib hier wird, Liebkosen, in deiner wirklichen Gestalt. Die Titelfigur dieser gesuchten Operette, die spielt ein Instrument. Welches? A. Eine Violine, B. Eine Harfe oder C. Eine Flöte. Viel Glück! Eine Flöte. Viel Glück! Eine Flöte. Viel Glück! Eine Flöte. Viel Glück!